Und als Antwort redete Jesus wiederum in Gleichnissen zu ihnen und sagte, Verglichen war das Königreich der Himmel einem Menschen, einem Könige, der seinem Sohne Hochzeitsfeiern machte. Und er schickte seine Sklaven aus, zu rufen, die zu den Hochzeitsfeiern geladenen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum schickte er andere Sklaven aus und sagte, Sage den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Stiere und das Mastvieh sind geschächtet, und alles ist bereit. Herzu zu den Hochzeitsfeiern! Sie aber vernachlässigten es und gingen hin, der eine zwar in sein eigenes Feld, der andere aber zu seiner Handelsware. Die übrigen aber fassten seine Sklaven, misshandelten und töteten sie. Der König aber war zornig und sandte seine Heere und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt an. Dann sagt er zu seinen Sklaven, Die Hochzeit zwar ist bereit, die Geladenen aber waren es nicht wert. Geht nun hin an die Ausgangspforten der Wege, und so viele, als ihr auch findet, die ladet zu den Hochzeitsfeiern. Und jene Sklaven gingen aus, an die Wege, und sammelten alle, die sie fanden, böse als auch gute, und es füllte sich die Hochzeit mit denen, die zu Tische liegen. Da aber der König hineinkam, anzuschauen die zu Tische Liegenden, gewahrte er da selbst einen Menschen, der hatte keinen Hochzeitsrock angezogen, und er sagte zu ihm, Kamerad, wie kamst du hier herein und hast keinen Hochzeitsrock? Er aber verstummte. Dann sagte der König zu seinen Dienern, Bindet ihm Füße und Hände und werfet ihn hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne, denn viele sind berufen, weniger aber auserwählt. Dann, da die Pharisäer gegangen waren, hielten sie eine Beratung, damit sie ihm eine Falle stellten in einem Worte. Und sie schickten zu ihm ihre Jünger mit den Herodianern, die sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahr bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und kümmerst dich um niemand, denn du blickest nicht auf das Angesicht der Menschen. Sage uns nun, was dünkt dich? Ist es erlaubt, dem Kaiser Kopfsteuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sagte er, Was versucht ihr mich, Heuchler? Zeiget mir die Münze der Kopfsteuer. Sie aber bringt zu ihm ein Denar und er sagt zu ihnen, Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sagen, des Kaisers. Dann sagt er zu ihnen, Bezahlet nun das des Kaisers ist, dem Kaiser, und das, was Gottes ist, Gott. Und da sie ihn hören, staunen sie und lassen ihn und gehen davon. An jenem Tage kam zu ihm Sadduzea, die da sagen, es sei keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, Moses sagte, so jemand stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder als Schwager sein Weib heiraten und Samen aufstellen seinem Bruder. Es waren aber bei uns sieben Brüder und der erste heiratete und verschied und da er keinen Samen hatte, ließ er sein Weib seinem Bruder. Gleicherweise auch der zweite und der dritte bis hin zu dem siebten. Zuletzt aber von allen starb das Weib. In der Auferstehung nun, wessen der sieben wird das Weib sein, denn alle haben sie gehabt. Als Antwort aber sagte Jesus zu ihnen, ihr irret, da ihr die Schriften nicht wisset noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie weder noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Boten Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten anbetrifft, laset ihr nicht, was zu euch von Gott geredet ward, da er sagt, Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nicht ist er der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da die Scharen ihn hörten, verwunderten sie sich über seine Lehre. Da aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzea zum Verstummen gebracht, versammelten sie sich an demselben Ort. Und einer aus ihnen, ein Gesetzesgelehrter, fragte ihn versuchend, Lehrer, welches ist das große Gebot im Gesetz? Er aber entgegnete ihm, Lieben sollst du den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Denkart. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Lieben sollst du deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da aber die Pharisäer versammelt waren, frug Jesus sie und sagte, Was dünkt euch um den Christus, wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er sagt zu ihnen, Wie heißt nun David ihn im Geiste den Herrn, da er sagt, Es sagte der Herr zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich sollte legen, deine Feinde unten unter deine Füße. Wenn nun David ihn den Herrn heißt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von jenem Tage an, ihn noch länger zu fragen. Dann spricht Jesus zu den Scharen und seinen Jüngern und sagt, Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, so viel, als sie euch sollten sagen, tut und haltet es. Nach ihren Werken aber, tut nicht, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und unerträgliche Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um angeschaut zu werden von den Menschen, denn sie verbreitern ihre Denkzettel und vergrößern die Quasten. Sie haben aber gerne den ersten Liegeplatz bei den Gastmählern und die Vordersitze in den Synagogen und die Begrüßungen in den Märkten und von den Menschen Rabbi geheißen zu werden. Ihr aber solltet nicht Rabbi geheißen werden, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Und ihr solltet keinen von euch auf Erden Vater heißen, denn einer ist euer Vater, der Himmlische. Noch solltet ihr Lehrmeister geheißen werden, da euer Lehrmeister einer ist, der Christus. Der Größere aber unter euch soll sein euer Diener. Wer aber sich selbst wird erhöhen, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst wird erniedrigen, der wird erhöht werden. Wehe aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr verschließet das Königreich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr hineingehen, die da hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr umzieht das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen, und wenn er es wird, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Gehenna, mehr als doppelt so viel als ihr. Wehe euch, blinde Leiter, die da sagen, Wer da sollte schwören bei dem Tempel, das ist nichts, wer aber sollte schwören bei dem Golde des Tempels, der ist es zu halten schuldig. Toren und Blinde, denn was ist größer, das Gold oder der Tempel, der da heiligt, das Gold? Und wer da sollte schwören bei dem Altar, das ist nichts. Wer aber sollte schwören bei der Nahgabe, die da rauf ist, der ist es zu halten schuldig. Toren und Blinde, denn was ist größer, die Nahgabe oder der Altar, der da heiligt die Nahgabe? Der nun schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was da rauf ist. Und der, der schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und der, der schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Throne Gottes und bei dem, der da rauf sitzt. Bedenke, was im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Es ist der Unglaube, der das Gute und Richtige verdreht, verzehrt und verspiegelt. Es ist der Glaube an den Weg, die Wahrheit und das Leben, der Einheit, Freiheit und Frieden ermöglicht. Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de fiebelzeit. Vielen Dank.